Mein Name ist Simon Langemeyer und ich bin Trainee im Wintersal Start-in-Finance-Programm. Die Wintersal ist die 100%ige Öl- und Gastochter der BSF. Hat um die 2700 Mitarbeiter, die weltweit tätig sind. Der Hauptsitz der Wintersal ist in Kassel in Nordhessen. In dem 18-monatigen Trainee-Programm durchläuft man die Finanzwirtschaft, das Rechnungswesen und das Controlling. In dem Trainee-Programm sind auch Auslandseinsätze vorgesehen. Dort insbesondere in den Städten Moskau, Stavana, Buenos Aires und Den Haag. Im Trainee-Programm arbeitet man zum Teil an größeren Projekten mit oder übernimmt eigenverantwortlich Projekte. Besonderheiten sind unter anderem das international und gut vernetzte Finanz- und Rechnungswesen. Sicherlich auch der geförderte und gelebte Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens, auch im Verbund mit der BSF. Die gute Zusammenarbeit mit der BSF als 100%ige Mutter und natürlich auch die Geschäftsbeziehung mit der ASPOM. Ein Bewerber sollte ein gut abgeschlossenes Hochschulstudium mitbringen. Gute Englischkenntnisse sowie eine weitere Fremdsprache werden von Vorteil. Des Weiteren natürlich Interesse in Finanz- und Bilanzhalterischen Fragestellungen und sollte einen guten Teamspirit mitbringen. Die Wintershalter zeichnet sich durch einen hohen Work-Life-Balance-Service aus, durch eine sehr kleine Organisation, sodass alles sehr familiär ist. Insbesondere im Hinblick auf den Finanzbereich, aber auch, dass man hier mit Zahlen im Finanz- und Bilanzwesen umgeht, die doch auf DAX-Niveau liegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017